Hallo zusammen, so und nun ist der Alltag im neuen Jahr schon fast wieder eingekehrt. Wir müssen uns an die Arbeit machen. Ja, die Utensilien müssen ein Jahr verstaut werden. Und im Wohnzimmer muss wieder Platz gemacht werden für den Kaktus. Ja, und apropos Alltag, die EU will Erdgras und Atomkraft als grün einstufen. Tja, da könnte man ja beinahe behaupten, grün wird sympathisch. Nun gut, für uns gilt das vielleicht eher als für die Anhänger und Wähler der grünen Partei und der Parteien, die sich dem Umweltschutz sehr verschrien haben. Ob es da nicht noch einige heftige Diskussionen drüber gehen wird, wir werden das sehen. Für uns in Deutschland bedeutet das jedenfalls, wir werden noch für lange Zeit auf Energieimporte angewiesen sein. Und der eine oder andere, der uns nicht so gut mit uns meint, könnte uns dann vielleicht den Hahn abdrehen. Aber wir werden auch das noch sehen, wie sich das weiterentwickelt. Kommen wir zu unserem lieben Karl Lauterbach. Ja, er hat einen Tweet geteilt. Der Tweet, den sehen wir hier. Er findet das irgendwie witzig, lustig, ja, oder ironisch, wie auch immer. Aber wir können uns vorstellen, dass man das vielleicht auch anders sehen kann. Weil sollten wir bei Karl Lauterbach oder einer von uns, ja, bei Karl Lauterbach in die Wohnung reinschauen, dann wären sehr schnell sehr viele Ordnungskräfte da und würden sagen, was bildet ihr euch ein. Das ist verboten. Fazit, auch im neuen Jahr sind einige gleicher als die anderen. Nun gut, das ist der Regierungsauftrag, in die Wohnung reinzuschauen. Karl Lauterbach versteht das vielleicht so als eine Selbstverständlichkeit. Müssen wir es hinnehmen. Wir werden sehen. Es gibt ja Möglichkeiten. Ich wünsche euch also ein schönes neues Jahr noch einmal. Weiterhin keine Angst haben. Und wenn ihr irgendjemanden seht, der bei euch ins Fenster schaut, na ja, vielleicht kann man da Gegenmaßnahmen ergreifen. Habt keine Angst, keine Panik. Bleibt gelassen, bleibt in eurer Mitte. Ich kann es immer nur wieder sagen. Wir bleiben ruhig, wir bleiben friedlich. Es wird. Ja, und ich möchte es vielleicht ein letztes Mal benutzen. Vielleicht rutscht es mir noch ab und an trotzdem mal hinaus. Ich glaube, es bröckelt und bröselt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao.